Das Thema dieses Films ist das Regierungssystem in Deutschland. Die Bundesrepublik Deutschland ist eine parlamentarische Demokratie. In dieser Form der repräsentativen Demokratie wählt das Volk die Regierung und den Bundespräsidenten nicht direkt. Stattdessen wird eine Volksvertretung gewählt, das Parlament. In der Bundesrepublik Deutschland wählen wir sogar mehrere Parlamente. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017